Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Horses Plays der zweiten Staffel. Heute mal mit Begleitung meiner Katze, die es nicht gewagt hatte, von mir runter zu gehen und jetzt auf mir sitzt und nicht weg geht. Deswegen nichts wundern, wenn sie mal das Mikrofon schmust. Das macht sie gerne. Wir fangen bescheiden an. Wir haben Frühling. Ich will anfangen mit den... Oh, da rede ich von. Da geht er von mir runter. Ravacata. Ich würde sagen, wir fangen mit den Pferden an. Und... Oh. Welches ist kein Symptom für eine Kolik? Äh... Wenn ich jetzt wüsste, was eine Kolik wäre, dann wäre ich jetzt auch schlauer. Ja, es war sogar die richtige Antwort. Yay! Unser kostenloser Alterungspunkt pro Tag. So. Dann gehen wir das wieder durch. Und... Ja. Über Glückwünschen, über Beggeleckwünschen. Ich muss mit dem Schneiden heute ein bisschen schnell machen, weil eigentlich hätte ich gestern aufnehmen sollen, aber... Weil ich gestern einfach nicht wollte, schrecklich konnte, habe ich nicht aufgenommen. Deswegen habe ich jetzt aufgenommen und muss das jetzt noch schneiden. Was heißt, wenn das heute spät rauskommt, dann tut es mir wirklich leid, weil... Ich habe einfach ein bisschen geplempert heute. Aber ich habe jetzt zum Glück so eine Art Vorlage. Oh, Sirene hat sich... Ich will Energiepunkte bekommen jetzt, glaube ich, so. Und ja. Deswegen... Ich drinnen, wenn es heute ein bisschen kürzer ist... Ich werde heute auch wahrscheinlich versuchen, etwas schneller zu machen, dass es nicht allzu lang ist, dass ich nicht allzu viel schneiden muss. Und... Ja. Und dass ich es dann noch heute pünktlich rauskriege. Okay, ich habe keine direkte Zeit, wann ich das hochbringe. Aber ich wollte das eigentlich nach der Schule hochladen. Was aber ja nicht ging, weil es da nicht verfügbar war. Das haben wir bekommen von hier. Nichts. Was kann man denn nochmal gewinnen bei ihr? Eine Hypnos-Decke. Okay. Gehen wir mal auf unsere Homepage und beglückwünschen mal... Einfach so die letzten fünf... Die letzten fünf Leute. So. Einfach mal just for the fun. So. So. Und so. Und so. Super. Äh, Reizzentrum haben wir ja noch nicht. Das dauert noch sechs Tage. Also, sieben weitere Folgen. Äh, Büro. Gibt es da was Neues? Nein. Aber die Insel des Friedens gibt es. Oh, heute nur schwarze. Ferdadad. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren beiden. Marlon und Sirena. Mal gucken, wie viele Alterspunkte wir heute für... Verschwenden benutzen. Also. Und ich habe mir jetzt hier überlegt. Vorher habe ich einmal drei Tage gemacht, was aber unnötig gewesen wäre. Deswegen tue ich die jetzt sozusagen nur für einen Tag in deinem Reizzentrum anmelden. Weil ich dann auch weniger zahle. Und ja. Wieder mein altbekanntes, bis zu stehen, zehn Stunden hier spielen, damit sie schon ausgepowert sind, die Kleinen. So. Zack. 23 Alterungspunkte haben wir im Moment. Das ist doch eine relativ stattliche Zahl. So, Marlon. Du kommst auch noch in ein Reizzentrum. Und zwar für die exakt gleiche Bestimmung. Wahrscheinlich auch genau das gleiche. Reizzentrum. Nein. Von Facebook will ich nichts. Ja, ich habe Facebook. Und. So. Das ist halt jetzt wieder so dieser Routine-Staff, der halt immer dazu kommt. Wo ich halt dann immer irgendwie versuche, ein bisschen zu labern. Äh. Nur über was? Ist die große Frage. Was ich aber jetzt gleich machen kann, bevor... Weil ich es gerade hier merke. Ähm. Bevor ich jetzt die Alterungspunkte benutze. Das Gestüt Oreganon. Oregan. Oregon. Hat ein Forum. Das heißt, wir gehen jetzt mal in das Forum. Wo keine Diskussion ist. Toll. Ein Reizzentrum mit Forum. Ohne. Forum. Ohne. Ich biete keine Boxen mehr. Dies ist ein reines Privatgestüt, auf dem mich meine besten Pferde, also Götter werden jedoch angenommen. Für ein oder mehr wird die Boxen mit Dusche und Drecke zur Verfügung gestellt. Wieso dann? Hat die 2000 Boxen. Und... Ja, Caroline ist wahrscheinlich sie. Nein! Alter. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist die Malia. Malia. Interessant. Ja, die... Also hauptsächlich vermute ich mal... Hat sie ihre eigenen Pferde da drin, warum auch immer. Das ist, glaube ich, sogar nur mehr Kosten für sie. Ich weiß, das kriegt gar nicht mehr, aber eigentlich war es mal günstiger. Wenn du dein eigenes Reizzentrum genommen hast. Ah, gehen wir mal auf Adrian00s Seite und gucken uns den mal an. Wer kommt mir irgendwie bekannt von? Suche Himmler mit Starterpass. 7 zu 3 oder 10 Passis Himmeln und dazu... Was? 7 zu 3 oder 10 Passis Himmeln und dazu 10 zur Belohnung geschenkt bekommen. Was? Okay. Suche Ablappfähige für 1000 Pferde. Über die Bezahlung kann man per P entsprechen. 1000 Ablapp. Ja, Sigi. Da hast du Spaß. Vor allem muss der hier mal die 30 Jahre alten rausnehmen. Oh, ich wünsche dich jetzt auch so ganz so viele. Vor allem in dem Alter, dass ich auch endlich mal himmeln kann. Was Himmeln ist, ähm, das erzähle ich euch jetzt gerne. Und zwar ist Himmeln, ähm... Es geht eben um die Pferde, die sozusagen sterben. Die sozusagen dieses Maximalleben von 30 Jahren erreicht haben. Ein Pferd kann älter werden. Ja. Aber sollte es keinen Stein der Weisen besitzen, wie jetzt Sirene und Marlon. Die beiden haben ja einen Stein der Weisen. Ähm, dann sterben die Pferde meistens so im Durchschnitt zwischen 30 bis 31 Spieljahren. Und, ja, wenn man halt diese... Wenn man die Pferde halt dann in den Himmel schickt und ist mit einer Pandoras-Box zum Beispiel wiederbelebt, dann kriegt man einen kostenlosen Pass. Man kann bis zu 10 Pässe pro Monat sammeln. Und manche Leute sagen halt... Gut. Oh. Oh. Okay. Ich schließe schon hier goldenen Apfel. Das ist gleich wieder so ein spezielles Thema. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz mit, dass ich euch noch zum Himmeln erzählen kann. Ähm, und zwar ist das Himmel dann so eine Sache. Der gibt dir 10 Pferde zum Verkauf. Drei davon kaufst du mit EQs. Die sieben kaufst du mit der Echtgeldwährung, also mit den Pässen. Heißt, du musst zu Anfang des Himmels mindestens einen Starterpass haben. Ist nicht schlimm. Kann man sich ja eigentlich erwirtschaften. Hier, gratis. Ähm, nicht mehr anscheinend, weil... Es gab eine Zeit, da konntest du... Ähm... Konntest du bestimmte Dinge machen, dann konntest du dir einen gratis Pass erwerben. Was anscheinend nicht mehr geht. Weshalb du dir anscheinend für einen Euro sozusagen einen Pass holen musst. Die sind aber nicht wirklich teuer. Ja, also ein Pass kann man machen. Ein Pass, ein Euro, ne? Ja. Gut. Und dann kaufst du dir sozusagen das erste Pferd mit einem Pass. Schickst das in den Himmel. Das heißt, du lässt es sterben. Sammelst dann den Pass und wiederholst das siebenmal. Dann hast du sieben Pferde in den Himmel geschickt, deinem Gegenüber sieben Pässe geschenkt und hast einen Pass übrig. Jetzt schickt er dir theoretischerweise drei weitere Pferde, die EQs kosten. Meistens 500, weil das halt der minimalste Betrag ist, den du für ein Pferd zahlen kannst. Und du kaufst, holst sie dir natürlich alle und schickst die alle in den Himmel. Weshalb du dann drei Pässe hast. Das heißt, theoretisch drei, vier. Vier glaube ich sogar. Wenn man mit einem Starterpass anfängt. Und was ich halt dann meistens mache, ich hole mir dann dieses Pegasus-Konto. Weil das dann doch relativ cool ist. Einfach diese ganzen... Wie sage ich das jetzt? Die ganzen Zuchten so zu spezialisieren. Ist das dann noch immer witzig. Und vor allem ist das immer sehr schön. Das sieht man ja bei mir immer. Moment. Ja, wir gehen gleich zu Sirena. Hier, das jetzt. Kann man nur mit Pegasus-Konto oder höher. Ich glaube mit VIP... Ja, mit VIP kannst du sogar noch mehr Farben machen. Aber du hast halt hier, glaube ich, kannst du bis zu 40 oder 50 Zuchten machen. Man sieht, ich habe schon einige. Zum Beispiel meine Ablassung zu Nutzbo. Meine Gelbfalmen-Zucht, meine Tinker-Zucht und hier meine Fälle. Die Olo-Trober-Zucht, die ich jetzt angefangen habe. Weil ich deren Aussehen vom Aufbau recht schön fand. Meine Kaltblüte. Und das kann man halt mit Pegasus-Konto machen. Dafür mache ich halt dieses Himmel. Und ich will halt gerade, dass meine Appler, also die Appeler, wie man es eigentlich ausspricht, ähm, vor allem die Älteren, so alt werden, dass ich sie sozusagen himmeln kann. Und man sieht, ich habe nicht viele im Gegenzug zu der vorher. Also tausend habe ich noch nicht geknackt. Ähm, da hat man halt dann schon doch eine stattliche Anzahl. Schon zu Anfang. Und ich warte halt immer wieder drauf, dass ich halt dann sozusagen Passpferde kriege. Passpferde werden die Pferde genannt, die, wenn sie sterben, einen Pass bekommen. Jetzt zum Beispiel das hier. Das ist ein Passpferd. Aus dem Grund, es ist 30 Jahre und zwei Monate alt. Wenn es stirbt, wird es dir einen Pass erwirtschaften. Ich glaube, wenn man, das Gerücht ging mal um, deswegen wollte ich nie, dass ein Pferd stirbt, äh, wenn ein Pferd vor seinem 30. Lebensjahr stirbt, Spiellebensjahr, ne, habe ich mal das Gerücht gehört, dann wird dir ein Karma-Punkt abgezogen, weil das Pferd davor starb. Aber ob es jetzt erstens noch Karma gibt, weiß ich nicht, das müsste ich nachgucken. Und zweitens, ob das auch überhaupt stimmt, weiß ich auch nicht. Ob man wirklich dann Karma abgezogen bekommt, wenn man, ja, da Karma-Punkte gibt es noch. Ich bin immer auf Karma 10. Keine Ahnung warum, ich bin immer auf Karma 10. Deswegen hoffe ich immer, dass meine Pferde immer erst nach dem 30. oder zum 30. Jahre sterben, weil ich eben keinen Karma-Punkt verlieren will, sollte es wirklich so sein. Und ja, jetzt würde ich sagen, bei Sirena gibt es was Neues. Und darum kümmern wir uns jetzt. Gut gemacht, Sirena ist wieder gewachsen und sieht schon recht stattlich aus. Schön ist sie. Oh ja, wunderschön ist sie, Sirena. Da du zwei identische Pferde hast, könntest du eines von beiden personalisieren, oder? Hier hast du einen goldenen Apfel, um für Sirena ein neues Fell zu wählen. Oh, jetzt kommen wir hier mit den Fellen. Wir schauen uns einfach einmal die mit dem goldenen Apfel verfügbaren Felle an. Super, hier ist der goldene Apfel. Wir geben ihnen Sirena. Muss ich dann wieder für das YouTube aussehen, ne? Vom Video würde was anderes machen. Dieses Mal sind nur zwölf Pferde zu... äh, zwölf Felle zu sehen. Aber es gibt hunderte, die wir alle sammeln können. Wieso kann ich nur von zwölf aus wählen? Das ist bescheuert. Wähle das Fell, das besonders gut zu Sirena passt. Wieso darf ich nur zwischen zwölf Fellen wählen? Das ist so bescheuert. Äh. Ich finde das echt bescheuert, dass ich nur zwischen zwölf Fellen wählen kann. Dann würde ich sagen, aber ich nehme das hier. Das Feuer. Obwohl das auch nicht schlecht ist. Aber ich will ein bisschen auch bei ihrer Fellfarbe bleiben. Aber dass es hier kein wirkliches Rotbraun gibt, wie es jetzt bei ihr der Fall ist. Wo ich zu gern ihr Fell behalten würde. Aber man ist ja leider durch das Tutorial dazu gezwungen. Ich liebe diese Farbe, auf mich kriegen. Wenn ich die beiden mal miteinander paaren lasse, dass ich auch nur einen Rotbraun rauskriege. Weil das sieht einfach nur, oh mein Gott, aus. Vor allem, ich würde das zu gern ansehen. Oh, geht doch. Und ich habe echt immer gern Fälle, die auch wirklich zum Original passen. Das ist auch schön. Ne? Swift-Esser. Da hat mir jetzt echt der hier am meisten gefallen. Auch wenn da so gar nichts zu Sirena passt vom Aussehen. Da ist der Kopf viel zu breit. Ja, auch wenn ich nur zwölf Auswahl habe, ich habe es schwer auszuwählen. Das ist aber auch sehr schön. Da ist das wieder Apfelschimmel. Und von Apfelschimmel bin ich nicht so der Fan von. Ich nehme das hier. Das ist mir jetzt das, was mir von den zwölf am meisten gefällt. Schau mal, Sirena hat ein neues Fell. Sie ist wunderschön. Um ihr Erscheinungsbild abzurunden, kannst du weitere Personalisierungen wählen. Beispielsweise die Animationen. Du kannst die Animationen um es herum hinzufügen. Bäh. Um es herum. Wenn ihr die Animationen, die dir besonders gut gefällt, bestätige sie. Ja klar, mit Regen, ne? Schnee. Jingle Baus, Jingle Baus. Da, 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 da. Oh, ich stelle mir gerade vor, Schneeschuppen. Äh, Schneeschuppen. Schnee sch... Schnuppen. Sternschnuppen. Bäh. Sternschnuppen. Das ist ein richtig schöner Nachthintergrund. Würde bei ihr wahrscheinlich richtig gut aussehen. Sterne würde ich eigentlich nicht unbedingt machen. Oder mit Glühwürmchen. Die Sternschnuppen sieht man nur leider nicht, ohne wirklich dunklen Hintergrund. Ähm. Ich glaube, ich nehme den Klatschmon. Äh, Klatschmon. Bestätigen. Kann man hier immer wieder ändern. Ich lasse dich jetzt alleine... Jetzt alleine weiterspielen. Möchtest du Sirena weiter personalisieren? Sehr gut. Nimm diesen Streit des Helios. Du kannst nun die Landschaft wählen, die am besten zum neuen Feld passt. Jupp, damit machen wir uns jetzt gleich auch drauf. Eine letzte Sache. Ich sehe einen künftigen Meister in dir und mache dir daher ein Sonderangebot. Komm, wir gehen auf die Seite für die Pässe. Ich muss hier aussehen, um ein bisschen größer zu machen. Hier hast du zwei Pakete zu einem günstigen Preis, speziell für dich. Eine zusätzliche Hilfe, um dir einen guten Start ins Spiel zu ermöglichen und an Wettbewerben teilzunehmen. Sie sind nur sieben Tage verfügbar, also solltest du nicht lange zögern. Viel Erfolg und bis bald. Samen eines Meisters. Was ist denn das, bitte? Samen eines Meisters. Hast du Lust, dich um einen Meister zu kümmern? Züchte mir in diesem Gegenstand ein Pferd für den Wettbewerb. Du kannst den Rasse sein Geschlecht und sein Fell wählen. Das Pferd ist drei Jahre alt und bereits trainiert, wenn du es erhältst. Okay. Da sind die Angebote. Und man wird gar zu uns allen Verkaufs an der Einstellung entwergen. Für nur sechs Euro, ne? Da würden wir sogar noch ein Folo von Gaia erhalten. Goldenen Apfel. Medusa des Bluten und Strahl des Helios sowie 150 Alterungspunkte. Hier hätten wir 100.000 EQs. Samen eines Meisters Bonus-Paket und Poseidon-Paket. Ich wäre schon eher mehr für das Starter-Paket. Und ich glaube, das werde ich uns auch holen, weil das ist nur sechs Euro. Und irgendwie will ich ja das Spiel auch unterstützen. Deswegen werde ich mir das jetzt wahrscheinlich schnell holen. Und wir sehen uns gleich wieder. Dann wird die Folge doch noch länger als erwartet. So, und da bin ich wieder. Der Einkauf war erfolgreich. Und ich habe uns jetzt erfolgreich dieses Paket gekauft. Und ja, gucken wir jetzt erstmal, was wir haben. Wir haben jetzt neun Pässe. Das heißt, wir haben jetzt erstmal genügend Stoff. Theoretisch fürs Himmeln. Aber Himmeln können wir so oder so erst ab 30 Mitgliedstagen, da der private Verkauf dort sehr wichtig ist. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal unsere zwei Nachrichten. Dein Starter-Paket. Hallo, Eisfeder-Car. Herzlichen Glückwunsch. Mit dem Starter-Paket erhältst du acht Pässe. Das Fohlen von Gaia. Alterungspunkte. Einen goldenen Apfel. Einen Medusas Blut. Strahl des Helios. Und Geschäftsschlüssel. Das heißt, das Reizentrum ist heute noch dran. Oh Gott. Bist du bereit, das Pferd deiner Träume zu erstellen? Beginne damit, das Fohlen von Gaia auf die Welt kommen zu lassen. Und wähle das von dir bevorzugte Pferd. Du hast die Wahl. Norweger. Dein Fall. Sehr cool. Beschäftige dich mit deinem Fohlen verwenden und verwendere die Alterungspunkte, die du mit dem Paket erhalten hast, um es ein Jahr und sechs Monate alt werden zu lassen. Anschließend kannst du die verschiedenen Personalisierungsgegenstände auf das Pferd anwenden, die du mit dem Starter-Paket, Starter-Paket erhalten hast. Wir raten dir zunächst Medusas Blut und anschließend goldene Apfel zu verwenden. Auf diese Weise erhältst du den Zugang zu den Fällen, die geflügelte Pferde vorbeerhalten sind. Hatte ich auch vor. Also, ich will den wirklich zu Pegasus machen. Zum Schluss kannst du mit Strahl des Helios eine Landschaft für dein Pferd wählen. Sorge dafür, dass deine Kreationen bekannt werden und melde dein Pferd zu Wettbewerben ab. Viel Glück beim Spielen. Wer ist das Team? Schön. Aktionen und Trophäen. Du machst echt Fortschritte, um noch schnell, um sofort Zugang zur Auktion, um anderen Spielern Pferde abzukaufen, um sogar um dein eigenes Pferd zu verkaufen. Sirena. Ich kann Sirena nicht verkaufen? Sehr interessant. Auf diese Weise kannst du übrigens auch Trophäen gewinnen. Mit den Trophäen kannst du spiel-ziegelfreischall festlegen und Sammlungen jeder Art anfangen. Da suchen wir uns auch mal was raus. Von den Trophäen. Weil, ich glaube, ich hatte ja die Achal-Tekena, glaube ich. Und da würde ich nämlich die Rassenzucht dann von denen machen und jedes Fell dieser Rasse dann machen. Gut, dann können wir das auch löschen. Wir haben jetzt neun Pässe, das ich noch nie hatte, wirklich. Und ich könnte das sogar jetzt noch holen. Dann hätten wir, ähm, geschlagenen 17 Pässe. Aber neun Pässe reichen mir voll und ganz. Und die können wir jetzt wirklich für alles nutzen, was wir wollen. Und ich werde sie mir, ich werde sie mir aufbewahren, wenn es wirklich zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir sie wirklich mal brauchen. Und ja. Wir können auch jetzt zu den Karten von Neuseeland, dem momentanen Main Event von Hoas. Bis zum 27. November 2017 um 16 Uhr kannst du mit den neuen Rubbelkarten Neuseeland entdecken. Ja, das ist so dieses Main Event momentan. Sammle die Geschenkkarten, ergänze die Puzzeln, in denen du Neuseeland-Karten erhältst und gewinne viele Überraschungen. Gewinne Karten. Bei deiner ersten Anmeldung, bei einem Ausritten deiner Pferde, wusste ich nicht. Wenn eines deiner Pferde im Wettbewerb gewinnt, wusste ich. Über die Blitzverkäufe im Tausch gegen deine doppelten Karten mit EQs, voll teuer, durch den Kauf von Karten. Durch Pässe zum Beispiel. Achte auf die Joker-Karten. Mit diesen Karten erhältst du die Karte deiner Wahl unter den Karten eines Niveaus. Goldene Hufeisen. Erhalte goldene Hufeisen für die Trophäe Wettbewerb, indem du 3, 13, 33 und 63 unterschiedliche Karten aktivierst. Sammle mindestens 2 goldene Hufeisen, um an der Verlosung am Ende des Wettbewerbs teilzunehmen. Versuche das goldliche Pferd, Te-Vir-i-Mai-der, irgend sowas, keine Ahnung, zu gewinnen. Bei der Verlosung werde ich wahrscheinlich auch nur mangelhaft mitmachen, weil ich halt jede Woche nur einmal online komme, auf dem Account. Das ist auch wirklich so, ich komme hier nur einmal die Woche drauf. Ja, und das ist halt dieses legendäre Pferd, was man halt gewinnen kann, wenn man das hier alles durchkriegt. Was übelst schwer ist, ich habe das noch nie hingekriegt, das alles, die ganzen Sammlungen zu vervollständigen. Aber gut, vielleicht finden wir ja noch ein paar. Ähm, bevor wir zu den Pferden gehen, weil ich da wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen die Neue ein bisschen hochpusten werde mit den Alterungspunkten, weil wir haben jetzt 150 Stück, will ich mich jetzt erstmal nur um das Reizzentrum kümmern. Leite dein eigenes Reizzentrum. Du interessierst dich dafür, ein eigenes Reizzentrum zu eröffnen und zahlreiche Pensionspferde aufzunehmen. Warte nicht länger. Wage dich dran. Mein Reizzentrum zu erstellen. Denke dran, das Handbuch zur Leitung eines Reizzentrums zu lesen, damit du die beste Entscheidung für dein Reizzentrum treffen kannst. Um dir beim Start deines Reizzentrums zu helfen, wurden 25.000 AQs zu deiner Reserve hinzugefügt. Außerdem erhältst du eine kleine Werkstatt. Nutze sie gut. Ich muss das Handbuch nicht lesen, weil ich mein eigenes Reizzentrum ja bereits führe. Ja, deswegen können wir uns jetzt einen Namen aussuchen. Ich bin gerne am Wald. Nicht wegen dem Holz, sondern einfach generell. Und habe auch gerne die klassische Reitkunst. Ähm, Name des Reizzentrums. Ähm. Was machen wir? Was machen wir? Golden Duck. Ja, klar. Nein. Ich will irgendeinen gescheiten Namen. Golden Horse Land. Ist zwar auch nicht gerade der beste Name, aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Golden Horse Land. Da will ich aber einen Bindestrich dazwischen haben. So. Golden Horse Land. Willkommen zum Reizzentrum. Reizzentrum Golden Horse Land. Ich muss gleich niesen. Ich versuche mein Bestes, es zu großem Ruhm zu bringen. Mehr schreibe ich da jetzt erstmal nicht. Brauche ich auch nicht mehr. Das hier können wir zwar fett machen und zentrieren. Ja. Jo. Golden Horse Land. Da wäre jetzt zwar der Strand sogar besser. Wegen Golden Horse Land. Und ich würde auch sagen, ähm... Ich gehe hier auch aufs Strand, weil es auch zum Namen jetzt passt. Ja. Fertig. Golden Horse Land. Willkommen in deinem neuen Reizzentrum Golden Horse Land. So. Schön. Wir haben kaum Kapazität. Vorteile für Reizzieher haben wir gar nicht. Und da will ich jetzt auch nicht das, was wir haben, dafür verwenden. Das werden wir wahrscheinlich selber noch brauchen, alles. Neuigkeiten. Gibt es keine. Ich aktiviere das Forum für euch. Falls ihr reingucken wollt. Und starte auch bereits eine Ankündigung mit Gästebuch. Gästebuch. Lasst doch gerne... ...eure Grüße da. So. Zack. Senden. Und da ich jetzt auch mein Reizzentrum habe, kann ich jetzt auch folgende Diskussion eröffnen. Und zwar... Buch. Da. Digitale Zeichnungen. Weil da habe ich ja gesagt, ich will... Sobald ich das Forum habe, anfangen, wieder meine Zeichnungen in dem Forum online zu stellen. Das mache ich dann sozusagen immer vor, beispielsweise nach dem Aufnehmen. Weil ich da halt die meiste Zeit habe. Und ich vor allem dann auch in dem Account drin bin. Da tue ich das dann halt da gleich rein. Tue ich auch gleich mein letztes von gestern rein. Was mit dem Speedpinto gekommen ist. Das tue ich jetzt dann auch gleich rein. Da pausiere ich dann kurz und mache das. Und ja. Hier stelle ich wöchentlich meine neuesten Werke zur Schau. Bitte seid mit der Uppsalon, Entschuldigung, nicht zu fies. Kritik ist trotzdem immer erwünscht. Da mir... Da wir... Da mir es auch hilft. So. Bitte seid nicht gemein zu mir, weil euch etwas an den Zeichnungen nicht passt. Kritik ist trotzdem immer erwünscht. Da ist mir auch oft. Lobungen, so oder so. So. Mach ich's hin. So. Und... Was mache ich jetzt schnell? Bis gleich. So. Damit haben wir schon mal da. Die Qualität ist zwar leider nicht so beragend. Durch die Seite, die ich da benutze. Aber es reicht allemal für was. Und da werde ich dann jetzt... Jede Woche mein Bild mit hochladen. Gut. Damit hätten wir schon mal das Forum einigermaßen aufgebaut. Und das Zaumzeug nehmen wir gleich mit. Boxen. Wir haben keine Boxen. Was ich leider blöd finde, weil... Ich will Boxen haben. So. Jetzt haben wir schon mal eine Box. Ein bisschen einstreuen müssen wir auch kaufen. Das geht jetzt wirklich sehr langsam voran. Das wird auch seine Zeit brauchen, bis das jetzt einigermaßen aufläuft. Deswegen kaufe ich jetzt erstmal nur tausend. Äh, hundert Stroh. Wir werden auch nur eine Box haben. Also das wird seine Zeit brauchen. Ich werde mir auch erst eine Wiese holen müssen. Hier fehlt mindestens ein Hektar. Bäh. Ich will zwei kleine Wiesen haben. So. Und da wir gerade Frühling haben, ist das umso besser. Weil ich dann Karotten anbauen kann. Ähm, ja. Zack. Das hier verändern wir dann gleich auf Weide. Grünfütter haben wir ja gerade nichts. Da müsste ich für mich dann eine Weide kaufen. Aber ich will nicht jetzt zu viel ausgeben. Das wird es oder so jetzt ein bisschen brauchen. Oh. Apfelschimmel. Wir haben bereits jemanden drin. Apfelschimmel. Ein ganz normaler Holsteiner in Farbe Apfelschimmel. Hätte ich einen Apfel? Ich würde ihn dir geben. Apfelschimmel. No Call for Freedom gebe ich jetzt eine Beglückwunschung, da er das gemacht hat. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil mein Reizvertrum jetzt eigentlich der günstigsten ist. Genau. Ich will aber 40. Einfach nur zu Anfang. Und ja. Ein bisschen mehr. Mehr können wir jetzt gerade nicht anbieten. Das Grünfutter brauche ich selber. In der Werkstatt können wir jetzt großartig noch nichts produzieren, weil wir ja nicht die nötigen Mittel haben. Wettbewerbe. Ich habe sogar eine Rennbahn. Ja, dann erstellen wir doch ein Galopp-Rennen, würde ich sagen. Hops im Galopp. Bringt dir aber bei jeder Veranstaltung 500 EQs und du gewinnst bei gleichem Schwierigkeitsgrad mehr Prestige. Würde ich sagen, ja. Weil wir auch noch klein sind. Dann würde ich sagen, speichern. Und ja, schön. Einschreibung nur für Jungpferde. Wenn ich das nämlich jetzt richtig verstanden habe, kriegen wir da jetzt, jedes Mal, wenn es veranstaltet wird, 500 EQs geschenkt, was uns zu Anfang gar nicht recht gut entgekommen kann. Kriegt ihr aber bei jeder Veranstaltung 500 EQs. Hoffentlich heißt das, da muss ich dann meine EQs im Auge behalten, ob ich jetzt 500 dazukriege oder 500 Minus bekomme. Weil wir sehen ja hier derzeitigen Reserven Plus und Minus gegenübergestellt. Und da können wir jetzt auch einfach mal hier reingucken, was wir da so haben. Erstellung eines Rettzentrums. 25.000. Ja. Das heißt, wir können jetzt sogar theoretisch verkaufen. Das heißt, wir könnten jetzt sogar schon himmeln. Wenn wir es wollen würden. Hm. Pegasus konnte für das hier wäre auch nicht schlecht. Wir könnten uns jetzt sogar mit den neuen Pässen Pegasus gönnen. Aber wie gesagt, wir warten erstmal. Weil man kann hier auch noch Pässe kaufen. Na gut. Ich glaube, ich habe erstmal alles, was ich wollte. Deswegen gehen wir jetzt mal zu unseren Pferden zurück. So. Gaias Pferd ist hier nicht. Das heißt, wir gehen auf unsere Startseite. Weil da ist es nämlich. Das Fohlen von Gaiar. Ein neues Fohlen zur Welt bringen. Das machen wir jetzt auch. Oh, es ist sogar eine Stute. Nein, wir haben... Das Fohlen von Gaiar können wir uns kaufen. Nein, aber wir haben eins im Inventar. Ein Reitpferd oder ein Pony. Pony. Nehmen wir jetzt ein Pferd oder ein Pony. Da müsste ich mir jetzt der Rasse sicher sein, das zu tun. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt eins der beiden auswähle, ob ich dann noch tauschen kann. Weil ich denke wahrscheinlich... Ich gucke nochmal, welche Rasse wir überhaupt haben. Würde dann einfach sagen, ich nehme... Die gleiche Rasse. Also Hannoverana. Hannoverana? Ich habe den Hannoverana angefangen. Hannoverana waren vor einer... Sehr langen Zeit meine Lieblingspferder. Rasse. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder auf Hannoverana. Und Hannoverana sind Pferde. Das Rettpferde. Ach nein! Das ist ja sehr schön. Oh, das ist schön gemacht. Das ist sehr schön gemacht. Oh, wie süß. Das ist süß. Da ist der Rotbraune. Oh, der Rotbraune sieht auch recht schön aus. Fuchs mit Rellamene. Fuchs. Da ist der Rotbraune. Wir haben hier auch nur begrenzte Auswahl. Wir hätten hier auch den Hannoveran und könnten uns wieder... Wir haben einen Rotbraunen, ne? Ich wähle jetzt für einen Mausgrauen. Die Sache ist, es kommt so oder so ein Fell drüber. Das heißt, es ist eigentlich eh irrelevant, wie er aussieht. Oh, hellgrau sieht auch sehr schön aus. Du wirst Snow White. Das habe ich jetzt beschlossen. Du wirst Snow White. Snow White. Du bist ein Hannoveraner mit der Fellfarbe hellgrau und bist eine Stute. Genau. Du wirst jetzt zum Pegasus informatieren. Mein Fert aufnehmen. So. Süß. Wird eine richtige Schönheit, die Kleine. Die müsste jetzt genau das gleiche genetische Potenzial haben, wie die anderen beiden auch. Nee, hat sogar mehr. Sehr interessant. Die hat mehr Potenzial als meine Startpferde. Kümmern wir uns erstmal um Sirena, weil ich dann noch ein bisschen was machen will. Ähm, und zwar will ich die Landschaft vergrößern und das Pferd N sowie die Größe auch. Hey. Nee. Das ist die größte Größe. Das ist ja lächerlich. Dann ist sie sehr klein. Aber ich will noch eine Landschaft machen. Weil wir eins von O, nicht von O, von der Tutorial-Dame geschenkt bekommen haben. Und das hier sieht, muss ich schon sagen, recht schön aus. Oh, wie schön. Das nehme ich. Das ist mir jetzt auf den ersten Blick entgegen gekommen. Und ich hoffe, ich kann sie da unten hinstellen. Und all das nehme ich jetzt eiskalt. Das sieht richtig schön aus. Erwerben. Ja. Und sie steht bereits drauf. Wie schön. Steht sie nämlich hier so. Mit dem Klatschmon. Äh, Klatschmon noch im Vordergrund sieht das richtig schön aus. Eigentlich wollte ich ja so einen eher düsteren Hintergrund machen. Aber mir ist jetzt dieses kleine Wäldchen mit dem Baum im Hintergrund übelst ins Auge gestoffen. Und deswegen nehme ich das jetzt. Der Klatschmon passt auch sehr schön dazu. Deswegen kümmern wir uns jetzt gerade mal um sie. Und schauen dann, dass wir die anderen noch pflegen. Und gehen dann mal zu Snow White rüber. So. Striegeln. Karotte. Tränken. Streicheln. Schlafen lassen. Guck, wir haben schon 192 Alterungspunkte. Schnell geht das. So. Marlon. Und dich haben wir schön gekummern. Aber ich will dich trotzdem altern lassen. Weil du dann nämlich auch das gleiche Alter hast wie deine Schwester. Ja, ich bin auch... Ich bin wirklich immer ein bisschen hart, was die Energie angeht. Aber das ist auch fürs genetische Potenzial recht nützlich. So. Snow White. Du bist die Jüngste von uns. Ich will dich auf jeden Fall auf das Alter der anderen drei hochbußen. Dass ihr alle drei auf dem gleichen Alter seid. Weil dann kann ich dir nämlich auch schon Pegasusflügel geben. Und dich, ähm... Ja, neues Aussehen verpassen. Das sollte es dann auch für heute sein, denke ich. So. Benutze ich so ungern Alterungspunkte. Aber in dem Punkt mache ich das jetzt mal. Ups. Ich bin es immer gewohnt, immer gleich auf den nächsten zu drücken. Weil ich ja doch relativ viele Pferde habe bei mir. Snow White kommt in ein Reizzentrum. So, gucken wir mal. Kriegen wir wieder... Ja. Gestürt Oregon. 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 Genau. Sechs Stunden wieder. Äh, sechs Kilo. Das geht jetzt wirklich relativ ratzfatz. Weil es halt... Nicht viel ist, was ich da machen muss. So. Zack, zack, zack. Nein, nicht auf das nächste Pferd, sondern weiter. So, das geht dann... Brr, zügig durch, wenn ich nicht die ganze Zeit skippen würde. So. Lall, lall, lall. So. Wieder altern lassen. Ist es denn jetzt? Ein Jahr, zwei Monate dauert. Dauert ja nicht mehr lange, bis sie zum Pegasus wird. So. Vielleicht hole ich... Ähm... Da könnt ihr auch entscheiden, wenn ihr wollt. Für Marlon. Noch einen goldenen Apfel und einen Hintergrund. Dass die drei unsere Starter-Pferde dann mit goldenen Apfel versehen müssen. Die Idee finde ich relativ schön. Ich glaube, ich werde sie auch machen. Ja. Das sind jetzt unsere drei Starter-Tiere. Und die dann so mit goldenen Apfel und Hintergrund zu versehen wäre halt dann doch schön. Anzusehen. Finde ich. Irgendwann denke ich, das werde ich das dann nächstes Mal machen. Verhäute dann nicht mehr, weil... Sonst komme ich ja gar nicht mehr weg. Wir haben ja dann doch schon eine städtliche Zahl von 40 Minuten drauf. Snow White ist fertig. So, jetzt geben wir ihr noch Medusas Blut. Medusas Blut macht unser Pferd zu einem Pegasus. Unsere Einhörner zu geflügelten Einhörnern und unsere Kaltblüter zu geflügelten Kaltblütern. Geht nur ab einem Jahr und sechs Monaten. Und dann nehmen wir jetzt das aus dem Inventar und machen unser Pferd zu einem Pegasus. Sieht nicht schlecht aus. Sehr... Federlich. Dann würde ich sagen... Goldene Apfel. Zack. So. Und da will ich jetzt ein weißes Aussehen haben. Denke ich immer erst gern auf Beliebtheit und gehe mal zum Allerletzten. Vor allem kaum weiß, ne? Guck mir halt immer so die an, die kaum so richtig bekannt sind. Das ist schön. Ich will halt... Ich will halt meistens dann immer Designs nutzen, die jetzt nicht so bekannt sind. Die nicht so oft genommen werden. Warum auch immer. Wenn sie mir halt gefallen. Das ist richtig schön. Das setze ich mir mal auf die Beliebtheit. Vielleicht nehmen wir das ja. Weil es ist wirklich sehr schön. Auch wenn es eigentlich ein Tinker-Schrägstrich ein Shire Horse ist. Aber ich finde es relativ schön. Deswegen denke ich, werde ich das dann auch nehmen. Wenn ich nicht etwas finde, das mich jetzt noch im Gegenteil überzeugen wird. Totenschädel. Pff, geil. Passt jetzt nicht zu Snow White? Ja, das ist... Okay, ich sag mal so, den Namen können wir immer noch ändern. Aber ich denke, Snow White würde auch dazu passen. Das ist interessant. Ich gehe noch bis 20 durch, glaube ich. Das ist auch relativ schön. Das heißt Snow Wind. Können wir sogar umwenden, Snow Wind. Oh, Yin-Yang. Das will ich mir für irgendein Pferd mal speichern. Irgendein Pferd werden wir so färben und so nennen. Das wird dann Yin-Yang. So will ich auch mal ein Pferddesign von uns. Elegant. So, hier gehen wir noch hin. Und dann wählen wir zwischen den zwei Fellfarben aus, die wir jetzt haben. Aber ich glaube, wir können es zu dritten machen, weil das hier ist sehr schön. Ah, lieber doch nicht. Das ist auch sehr schön mit den schwarzen Flügeln. Äh, wo haben wir sie zu meiner Lieblingskategorie? Also, wir entschönen uns jetzt zwischen Bailasus und Snow Wind. Wo ich fast schon sagen würde, Snow Wind. Weil Bailasus ist zwar echt richtig schön, aber erstens passt die Rasse nicht wirklich. Ich bin da sehr pingelig. Das Fell passt nicht, wirklich. Und ich nehme Snow Wind. Und nenne sie um in Snow Wind. Ähm, ja. Aber das will ich irgendeinen geben. Das hier auch. Nein, für sie jetzt nicht. Nehmen wir Snow Wind. So. Machen wir jetzt auch wieder Landschaft vergrößern. Und Landschaft hinzufügen. Wir haben ja eins bekommen. Da will ich jetzt irgendwie so was Weißes haben. Oder was Blaues. So eine schöne, eisblaue Umgebung wäre jetzt nicht schlecht. Sowas wie das hier ungefähr. Nur ein bisschen anders da. Boah, wenn die hier da oben stehen würde, wäre das richtig geil. Aber ich glaube, ich gucke eher mal bei dem Weiß. Beliebtheit. Da ist es jetzt eher so, da gucke ich von Anfang an durch. Boah, das würde relativ gut passen. In dem Snow Ding. Nehmen wir das? Ja, wir nehmen's. Alles Helios bezahlen. Genau. Dann heißt es noch Snow Wind. So. Kämst du, stimmt. Ich glaube, wir können sogar Fixe erstellen jetzt. Animationen. Schnee. Wie sieht denn das Schnee aus? Das fällt relativ langsam, ne? Wie sehen die Schneeflocken aus? Oh, die sehen schön aus. Die bleiben. Nebel. Regen. Sternschnuppen. Na, wir bleiben mit den Schneeflocken. Die passen am besten. Und weil ich es gerade gesehen habe. Büro. Meine Fixe. Wie viele können wir erstellen? Du musst noch warten. Okay. Das ist gut geregelt. Wir können trotzdem erst in 26 Tagen eine Fixe erstellen. Jo. Dann würde ich sagen, nächstes Mal machen wir dann Marlon zu einem schönen Pferd. Das heißt, wir kümmern uns jetzt noch hier um Snow Wind. Und machen uns Schluss für heute. Wir haben nämlich heute ganz schön überzogen. Aber dafür gab es auch rechtlich viel zu tun. So. Da haben wir sogar noch einen Beglückwunsch bekommen. Den schicken wir gleich noch zurück. Und da haben wir jetzt unsere Sirene und unsere Snow Wind. Zwei weibliche Hannoveraner. Super. Marlon kriegt es dann nächstes Mal. Und ich würde sagen, weil es jetzt dann doch relativ spät geworden ist. Auch bei mir. Ich muss das Video immer noch schneiden. Würde ich jetzt sagen, das war es für heute. Und... Wieso? Achso, okay. Gott. Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann noch eins machen. Dass ich das Item immer noch habe. Aber nein, es steht nur so da. Gut. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, war schön, dass ihr zugeschluckt habt. Äh, zugeschluckt. Zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video. Bye.